Servus alle, grüßt euch. Hier ist der Olli von Holiday Tours und wir sind im Holland Hotel und ich habe da zwei ganz nette Deutsche getroffen. Wie heißt ihr? Servus, ich bin Josh. Ich bin Becky. Hey, der Josh und die Becky. Und die haben mich überrascht, denn wer morgen oder über das Wochenende kommt und noch kein U-Bahn-Ticket hat, für die habe ich ein paar U-Bahn-Tickets dabei. Drei Stück. Hurra! Yippie! Also, dann macht's ganz gut. Servus und tschau. Sagt der Olli, der? Josh. Und die? Becky. Und ihr könnt euch jetzt auf YouTube finden, bei Olli, der Tours. Wenn ihr mir jetzt verklagt und wollt ihr noch viele Grüße senden, in welche Stadt? Nach Bonn und nach Münzen natürlich auch. Kommt ihr aus München? Ja, also wir kommen aus Bonn, aber ich wohne gerade in Münzen. Okay, der Josh und Raketen sind's. Also dann, Servus und tschau. Sagt der Olli, Pferdi, Baba. Tschüss. Tschüss.